Ich möchte Zungern an dem sterben. Diese Seite tut nämlich fuck weh von ihm. Ivory King, genau. Das war das dritte DLC in der Release-Reinfolge. Ich habe alles im Release-Reinfolge gegeben. Das ist das Main-Game. Dann hier ist die 1, 2 und ist der 2. Ich möchte nur wissen, wie viele Bosse es gibt. Missionshof? Äh, was ist... Okay. Und hier ist sonst nichts? What? Ich bin schwer, schwer, schwer enttäuscht. Das war jetzt langweilig. 2, okay. Also doch 3. Dachte ich's mir doch. Ich hab die Katze gekillt. Den Final-Boss-Fall? Irgendwann muss es einen Optionalien geben. Ich find den. Weil ich hab immer irgendeinen Optionalien als letzten gemacht bisher. Oder? Nee. Noch gar nicht. Den Smelter hab ich gestern vorher gemacht. Genau. Weil das Bonfire ist nämlich eine Etage zu tief, um da noch hinzukommen. Äh. Äh. Genau. Ich hab die Katze. Dann den großen, bösen, behinderten, dummen Fight. Den ich halt kenn. Gehen von innen weiter, hätte ich gesagt. Ja. Wirklich duschen. Immer noch nicht! Geh duschen! Gat! Bogen 2. Da klappt ich mit meinem Bogen. Natürlich ist es wieder der Schnelle. Da bin ich gesagt. So. Wir müssen da hoch erst mal. Da war nämlich noch ein Phallos. Das hat sich ein bisschen angehört wie Phallos, glaube ich, was ich gesagt habe. Ein Phallos zu sagen. P-H-O-M-Phallos. Ah! P-H-A. Phallos. Ein Phairos? Einfach mal durch sein, ich habe jetzt keine Lust. So, genau, hier war der blöde unsichtbar Invader. Apropos unsichtbar, jetzt geht er jetzt gleich weiter. Ach nein! Bin wieder hier? Ach ja, stimmt. Das war ja die erste Runde, in die man läuft. Wo ist denn die andere Zimmer, auf die ich will? Mann! Was ist da drüben irgendwo, ne? Ah, vom zweiten Bonfanger aus nochmal laufen. Das ist ekelhaft. Ich habe so eine Idee, wo der Schlüssel hinkommt. Da hatten wir die eine Tür, da hinten nämlich. Da ganz hinten. Und die Tür war dann halt nicht, hieß nämlich immer verschlossen. Und die letzten Schlüssel bekommen haben, mir fällt nämlich keine andere Tür mehr ein. Also müssten wir das Nils hier abgegrast haben. Ähm, das müsste von dem Bonfanger aus gewesen sein. Äh, aber da steht der Typ dann davor mit seinen dollen Untoten. Ja genau. So. Ähm, blub, blub, blub. Laufen wir einfach genau von hier und dann auf den Sinnen. Müsste wichtig sein. Alter, dieser Angriff, ey. Nur ne Scheiße. Er sieht nicht richtig aus. Ich will ihn eigentlich echt nicht abfliegen. Verdammt, wir hatten ja so Schnee gezogen. Ehe. 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 So, dein Lebensstein. Was ist jetzt mit euch los? Habt euch keinen Bock mehr gegen mich zu kämpfen oder was? ich will dieses ds 3 einsteigen bock aufs 3 hallo das macht schon spaß meistens aber meistens auch nicht der satz hat keinen sinn ergeben es macht schon spaß und souls ja das system ist okay hat sich nicht viel geändert aber das 1 ist besser und alle sorgen das 2 ist besser als das 1 also ein schock aufs 3 hallo nein Gott treffer daneben treffer daneben treffer ja ja hier gibt das ganze menschen passieren so jetzt aufpassen da geht es jetzt rein Wo geht's denn da jetzt hin? Ach, guck an! Perfekt, da wollte ich hin. Hey, ist Artorias hier. Jetzt hat er schon was von Artorias, ne? Also, er hat es nicht geregert. So. Sperroni, Peperoni, mein Lieber. Und hier müsste sein... Ja, genau. Perfekt, hier wollte ich hin. Das ist die Scheiße doch einfach. So, beide Apps sind weg. Oh wow. So. 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 Steine reinschmeißen. Hallo, in den Stand. So blocken. Au. Oh fuck. Oh fuck. Oh, der Angriff ist doch böse. Und wartet den danach. Und zwar immer. Das ist immer die gleiche Reihenfolge, wie die angreifen. Zuprobiert. Das ist halt praktisch für ein Spieler, wenn man sich dann... So, das geht jetzt auf, oder? Yes. Richtig, also. Da ist das letzte Bonfire. Ja, schau an. Was ist denn hier ein Bonfire? Warum kriegt man das so spät? Soll ich mich jetzt da Wein legen und ich fahr da runter, oder was? Hier, Sarg. Das ist doch wie bei Nito, oder? Das ist aber nicht der Gender Swap, Sarg. Nochmal. Ich sag, ich fahr jetzt da runter. Schlitten? Oh ja, Tatsache. Schlittenfahren! Oh gut. Ha! Die Animation. Plump. Eisiges Umland. Scherz, oder? Aber das ist ein Witz, oder? Da ist was. Was ist das? Das ist ein Gegner, oder das ist ein anderer Spieler? Ich darf dir mal hinterher. Hallo? Ein anderer Spieler. Alles gut. Das ist doch ein Witz! Versuche ich hinter seinen anderen Hurra für kritischen Treffer, was? Oh, es hat aufgehört. Okay. Hey, da ist dieser Scheiß wieder. Boah, zieht das immer auf und wieder ab, oder wie? Und... Ist hier auch noch? Also hier ist wahrscheinlich der Optionale. Was the fuck you. Das finde ich so wekelhaft. Das hat man sich sparen können. So ein bisschen Sichtbeeinrichtigung. Ja. Aber hier mal eine Minute lang Sturm, eine Minute lang Sicht, eine Minute lang Sturm. Hey, ist doch dumm. Ja, keine Ahnung. Ich mach jetzt halt einfach nix in der Zeit. Ich seh ja nicht mal, wo ich hinlaufe. Du verläufst dich halt komplett. Okay. Da ist was. Da will ich hin. Wir hüpfen doch gleich Gegner raus aus dem Boden, ne? Und vor allem das ganze Gebietsleiste ohne Bonfire machen. Es gibt ja nämlich keins mehr. Oh, ist das dumm. Oh fuck you. Okay, ich seh dich. Ja, hier ist ein Item. Da hab ich nur die Wurzel. Hey. Ja, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich muss morgen Führer aus auf. Oh, schön. Ich hab vergessen. Dann schlaf gut, Wafel. Und danke fürs dabei sein heute wieder. Hab wundervolle Träume und viel Spaß wahrscheinlich morgen in der Arbeit, wenn du so führst. Wenn du da raus musst. Miererhut. Boah. Ist das ein White Walker oder was? Ey, überall Tote. Ne, keine Arbeit. Dann viel Spaß bei was auch immer. Der andere Spieler. Der macht's halt genauso. Das ist das für ein Scheißgebiet. Fick nicht, Frems auf. Mein Kumpel zieht um. Oh Gott, Umzug. Na ja auf. Bob's Umzug hat gereicht. Wieder. Haben wir dann Umzügen gerecht für die nächsten Jahre, wo ich helfe. Wollen wir mal schön. Hilf Möbel so. Ja. Haben zwei Stunden lang Kisten, äh, einen dritten Stock hochgetragen, weil Bob. Du fünft. Toll. Der Kerl hat einen Haufen Grusche. Einmal gar nicht. Ein kleiner Mensch in die Usch haben kann. Aber dann schlaf gut. Ein paar früh. Bis die Tage dann. Bis die Tage dann. So. Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen quer durch die Pamper. Weil, pfff. Pfff. Was soll ich sonst machen? So. Sie seid wahrscheinlich da drüben hin. Das habe ich schon verstanden. Aber wirklich nicht. Warte mal. Ich komme von der Hütte? Da ist noch eine Hütte. Was? Ich bin da drüben. Das ist einfach mal geradeaus. In der Hoffnung, dass es passt. Ist das eine Eiswand? Ja. Okay. Oh, wow! Hi. Ein Dunkelblitz Eis Pony. Ich bin tot. Ja. Das Design ist cool Das Design ist saugeil Aber genau das ist das Problem Das kommt halt irgendwo aus dem Nichts jetzt für mich Weil ich einfach siehst nichts Also jetzt so Melee Range ist kein Thema Will ich das nochmal machen? Oder will ich den anderen Boss versuchen? Study Boss oder optionalen Boss? Study Boss, optionaler Boss Study Boss, optionaler Boss Die Katze war cool, aber die war halt der erste mandatory Die hätte ich gerne später gehabt, die hätten wir später aufgucken Aber die, ne die Uni, die ging ja gar nix Die musste er als ersten machen Aber die hätte ich vor allem so früh machen können eigentlich Oh, ich hätte mir den ersten Run durch das Gebiet komplett sparen können Fällt mir gerade auf Wenn ich zuerst die Katze gemacht hätte Wenn ich zuerst nach links gelaufen wäre Statt nach rechts Als wir angekommen sind im DLC Hätte ich die Katze gemacht Hätte schon die ganze Eis-Scheiße wegbekommen Fuck Hätten wir uns anderthalb 2 Stunden gespart heute Na gut Dadurch kann ich das Gebiet jetzt besser Fuck, sind meine Seelen weg Von vielen Scheiße Wo zur Hölle liegen die da jetzt? Ja, ja, äh, fuck Hm Sorry Ich hab doch keine Ahnung, wo ich hingegangen bin Also ich bin irgendwo in diese Richtung Nein, bin ich nicht Toll Super Irgendwann mal eine Richtung, in die ich gucken kann Okay Äh, da lang Bin mir ziemlich sicher, da lang Da lang und dann irgendwo rechts Das ist zu einem Ist die Frage, ob die Ponys nur kommen Rauskommen, wenn, äh, gerade Sturm ist Oder auch so rausgekommen Damit man die von vorne her dann sehen will Also davon ist irgendwas auf halb eins Ungefähr Ich hab noch ein Geld über oben Sicher, aber Schwachstumsgebiet Absolute Schwachstumsgebiet War einfach so Letztes DLC Wie machen wir es eben nochmal richtig ätzend Was ist denn, du willst mein Handy Gib's ja du Pony Wieso ist das Dance Haut von Zett, ne? Was? Okay ich habe überhaupt nicht die orientierung dadurch verloren nein scheiße ist gar keine ahnung wo ich können das ist das haus muss ich jetzt echt warten das hat gar erst angefangen ok pony ist eigentlich recht wie sie irgendwo ist gestorben ist irgendwo ein pony gestorben ich habe 2016 bekommen wohl dankeschön am gegner weniger das irgendwo ein loch schätzungsweise ist die hütte ist die hütte dann muss ich nein da ist die hütte was denn das ist für eine hütte ist die hütte von vorhin ja achso dann muss ich da lang laufen nein da lang genau ich bin über diese dieses hügelchen da gelaufen und da war noch mal ein pony irgendwann muss ja hier ein loch in der nähe sein weil ein gegner ist ja anscheinend getriggert worden durch meine anwesenheit ich sollte nicht weiter gehen hier ist irgendwo ein pony hier ist irgendwo mein seelenscheiß ich bin nämlich gern leveln es waren viele sehen es war über 50.000 richtig im kopf ab ich gerne noch ein zwei level machen und noch mal live jams holen für den bescheiden wir freuen uns hier da müssten irgendwo sein oder nee legen wir mal sehen musste man doch sehen ich kann schon wieder einfach nnasen jucken da oben oder nee na verdammt wir gehen erstmal hallo pony was ist das andere ist mit einem österreich-gelegen Oh, zu spät, viel zu spät, gedodged. Oh, ist sehr ekelhaftes Gebiet. Oh, ne. Was ein Schwachsinn, das Gebiet. Ich laufe jetzt einfach straight durch, was soll denn passieren? Wenn ich nen Boss finde, ist gut, dann weiß ich wie ich laufen muss. Wenn nicht, dann will ich halt in alle Richtungen mal. So, wir steigen aus unserem Boot aus. Ich renne jetzt einfach straight nach vorne. So, irgendwo werde ich rauskommen. 50.000 Seelen sind weg. Ist okay. Das ärgert mich noch ein bisschen, wenn ich ein paar Live-Jumps hätte. Pony? I did hear you. So. Allein dadurch, dass ich jetzt mit dem Pony kämpfe, habe ich meine Orientierung verloren. Wie Taurus. Okay. Natürlich kannst du auch nicht raus schlagen, dass der umfährt. Einen Hits. Fuck. Warte mal ganz kurz. Warte. Warte, 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 warte. Da. Ich bin nämlich vorbereitet. Ich hab schon eine zweite Strategie da. So. Goddamit. So. So. Nein, so will ich kein Bier. Auch wenn ich ein Bayer bin. Schlimm Kühlstank aber. Da wo es hingehört. Das ist gute Weizen. Wenn ihr mich mal auf ein Bier einladen wollt. Ich mag nur Weizen. So hell ist und so. Pils. Oder was ist es sonst noch? Gepang ich eigentlich nicht. Wenn ihr mich mal einladen wollt. Immer bitte nur auf Weizen. No. Was no. Was no. Was denn no aus Thicillin? So Pony von 2 Uhr. Vor 1 Uhr. Na wir Pony einfach mal. Na wir Pony einfach mal. Okay. Ich mag nur Misch. So Bisch ja auch. Bei Bayern. Ja. Ah Pony. Ja ist okay Pony. Bekämpf. So. Teilst an das so gelegt kann. Da würde ich in Bayern an ein paar Anger gestellt werden. Zwei übrigens sogar. Zwei. 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 Warte mal. Da ist die Sonne. Nicht zusammen. So. Okay. Ah. Okay. Hier. Ich glaube jetzt einfach nur das Ende immer ab. Die Wand. Und. Irgendwann. Muss es mich ja. Warum finde ich. Leider wahrscheinlich. Will ich in die andere Richtung zu den Burgen laufen. Aber ich habe halt. Ah. Warte mal. Was ist hier von euch? Ne. Hier ist nisch. Ne. Da vorne ist glaube ich ein Pony. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh. Ist das widerlich. Dieses Gebiet. Das ist doch einfach nur Bullshit. Oh. Wir machen. Ah. Ha. Noch rechtzeitig gehört. Hab's. Ich hab nicht rechtzeitig hochgekriegt. Mein Glock. Ich hab gedrückt. Ich hasse dieses Spiel gerade so sehr wieder. Bullshit. Ach. Das haben wir wieder gezählt. Ah. Fuck. Ne. Fuck. Huh. Habt ihr eigentlich was? Ne. Da. Wo war die Wand? Da ist die Wand. Wo war die Wand im Uhrzeigersinn hier zu lang. Ich will nicht gewusst hab das dann Pony ist. Was? Ne. Das ist eine Nachricht. Hier. Was hier? Nix ist hier. Was hier? Hä? Was hier? Klar aber nicht. Wahrscheinlich sind die meisten Ponys am Land aufgestellt. Also zwei in der Mitte. So meine Theorie. Viele werden sich sagen. Ich verlaufe mich hier. Also laufe ich hier. Ne. Ne. Ne doch nicht. Lauf ich am Land entlang, so wie ich das gerade mache. Dafür läuft man sich wenigstens nicht so. Irgendwann muss man ja was finden. Ich weiß schon warum ich auch im echten Leben keine Pferde mag. Ich bin einfach zu groß. Das hat wieder nicht gezählt. Perfekt. Pferde einfach wirklich beängstigen muss ich sagen. Dann schnell weg da. Fuck ey. Ich wurde als kleines Kind mal auf dem Pferd gesetzt. Ich bin für das Heulen angefangen, wo ich so Schiss hatte für den Pferd. weiter weg gibt. Warte mal. Ne, die haben wir schon mal wieder. Ich glaube die kommen nur. Während Im Sturm Flückgespeichert, warum? Das ist immer so ein blödes Zeichen Da habe ich immer Angst, dass ein Invader kommt Ich muss ein bisschen leise sein, aber man muss ihn hören Damit ich so ein Pferdchen höre Sonst Helles kann ich erinnern Das sehe ich hier alles Da oben war doch was Mit dem Hügel da Können wir mal ganz schnell weg da So, was sind wir hier? Ja, gar nichts, ne? Aber hier sollte jetzt auch kein Pony erst mal kommen Sollte Ja, gesagt Komm irgendwie nur Während im Sturm Habe ich das Gefühl Oh, fuck wie ich, ey Oh, fuck Warum kennt ihr denn so eine scheiß Blitzattacke? Blitzattacke, nicht den Stein Warum habe ich denn nicht den Estus ausgerüstet? Idiot Fuck Fuck Scheiß Pferd Scheiß Pferd So Ne, ne So eine Kohle und dann... Oh Gott Kamera Ich sag wunderbar, dass da ein Pferdchen drin ist, ist normal. Fuck schon, haben wir es wieder. Okay, ne doch nicht, das sind meine Schritte. Aber macht man so ein Gebiet von Software? Was habt ihr euch dabei gedacht? Das ist doch reiner Spielerabfuck. Okay, da ist die Feste, da bin ich wirklich einmal im Kreis gelaufen. Da bin ich am Anfang gestorben, genau. Das heißt, ich bin jetzt einmal um das Gebiet rum. Kann das sein? Nicht mal. Ich muss es zur Hälfte geladen haben. Um Gottes Willen, wie riesig ist denn das Gebiet? Hier gibt es kein Dornfire. Das ist ein Scheißdreck. Ich kann euch also doch recht gut interrupten mit zwei Heben. Gut, gut. Ah, perfekt. So. Gut. Es wird ein kleines Desaster, wenn ich da jetzt hinlaufe. Ich will da hin, ich muss wahrscheinlich da hin. Und gleich kommt der Sturm wieder, ne? Ich sehe nichts. Oh! Direkt von vorne diesmal. Oh, warte. Oh, shit, heute ist es. Ich sehe es nicht mal mehr. Oh, wir sind aber direkt am Haus. Oh, fuck. Okay, gerade noch geblockt. Shit! So fucking greedy. Guck mal, wie nah das ist. Dumme Haus war. Scheiße. Ach man. Scheißdreck. Ahhhh. Nochmal. Guck mal. Stimmt, ich hätte ja gerade invaded werden können. Ich war ja gerade Junge. Ahhhh. Halb eins. Holy fuck. Ich will die zwei Bosse noch machen. Zumindest den hier. Ahhhh. Ahhhh. Sehr optional. Gut. Also, von hier in den Quais. Der Steinkreis war irgendwo da, ne? Genau, hier. Und vom Steinkreis aus... Macht ihr jetzt im Winter mal was? Ne, immer noch nicht, ne? In die Richtung war es. Passt. Da. Ahhhh. Also, das ist der gedachte Weg. Ist okay. Spiel. Ich hab's verstanden. Ich halte mich an deine Regeln. Oh Gott. Schon wieder. Das ist so behindert, ne? Vorher irgendwo sind's lustig. Da lang raus. Kein Pferdchen, kein Pferdchen. Ach Helden. Nein, Pferdchen! Ey. Wieso hat's denn? Das ist doch nicht gestagert. Blöde. Okay, gut. Ich bin dort. Oh nein. Spiel. Willst du mich verarschen? Wie hast du mich getroffen? Mit was? Was? Weg! Ey. 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 Das halte ich jetzt grad für eine absolute Verarsche vom Spiel. Sorry. Was es hier will. Ich nehme diesen Schaden nicht an. Dein Schwachsinn. Oi! Bin ich wieder bei dir im Haus. So. Oh, fuck you. Da liegt was. Shit, da liegt ein Leuch. Das ist bestimmt nicht mein Opa. Was bist du? Was bist du? Oh, da wandelt wirklich einer, ne? Sproderungsmesser. 20! Okay. 3. Oh, da droppst du was. Bleib blöd. Oh, Gott, ey. Ey, ich hasse diese Pferde gerade so fucking sehr. Oh, fuck dich, du blödes Drecksviech. Gott, was hier sollte man eine Salami machen, du blödes Mistviech, ey. Ohne Scheiß. Ich hab meine ganze Lasagne aus hier. Kackviech, ey. Ich hab keinen Bock auf dich. Tschüss. Ah ja, natürlich schieß nochmal. Oh, fuck you. Oh, hä, da vorne liegen meine Seelen? Achso, ich war ja knapp dran. Das ist ein Scheißviech. Dieses Gebiet ist dumm. Dieses Gebiet ist nur dumm. Das macht gerade einfach absolut keinen Spaß. Das ist... Das ist... Nee. Welcher Hirn verbrannte Spasti? Hat sich die Scheiße ausgedacht? Ohne Witz. Na komm, kann ich die Katze nicht kürzen? Echt, das geht nicht? Das kann ich nicht skippen? Wow. Ui. Ui. Entschuldigung. Nicht nach Cashpatz. Lecker. So. Guck mal aus. Hier. Da ist der Steinkreis. Oder? Ja. Dann in etwa diese Richtung. So. Mist, ne? Oh, fast richtig gelaufen. Ist auch gut. Ich dachte, das wäre voll falsch gewesen. Da wandert wieder einer. Schau an. Hallo, Mr. White Walker. Was ist los bei Ihnen? Ich bin doch. Was macht man? Ich brauche mich auch gleich. Fertig schon. Oh, ein Lifetime. Gut. Der kommt nicht her vorne. Ach komm, ja. Ich bin gewollt. Das Kopf. Ich glaube, wir waren ein bisschen weiter. Oder lange? Schatz. Ich muss ja die Kugel nicht sehen. Schatz. Hier gibt es plötzlich eine Frechheit. Scheiß. Ich bin da. Ich bin da. Oh fuck. Nein! Nein! Ach, Fick dich du dummes, verschissenes Drecksviech. Ich brauche einen, ihr könnt. Ach Mann! Was ist denn das so ein Kackmist? Boah, es ist das Gebiet für'n Arsch! Nee, also es hat, das Tier ist hier hat richtig, richtig Spaß gemacht. Bis zu diesem Gebiet. Das ist ja sowas von bescheuert. Das ist ja so ein Schwachsinn. Ich höre nicht mal, was da nachkommt. Ach Gott, ey. Das ist ja so ein Schwachsinn. Hä? Das sind so Entscheidungen von Spieleentwicklern, wo du dir einfach selber als Spieler denkst, du seid ja auf so einen Scheiß gekommen. Das hört wohl Schwachsinn. Man entwickelt doch ein Spiel in der Regel, was man auch selber spielen würde. Deswegen würde ich jetzt kein FIFA entwickeln. Ich bin jetzt einfach kein Fußballfan. Das liegt einfach nur daran. Ja, jetzt weiß ich, dass FIFA scheiße ist, aber ich bin einfach kein Fußball interessiert. Deswegen würde ich jetzt kein FIFA entwickeln. Die müssen das noch getestet haben. Also, klar. Sind Sadisten? Bei FromSoftware, das ist uns allen klar. Was ist denn los? Nein, ich will es allen. Nein. Ja. Genau. Rattlige Blitzponnies. Ey. Da vorne ist der White Walker wieder. Wird laufen. Dann kann ich das Pferdchen vielleicht skippen. Ne, kann ich nicht. Das wird jetzt kommen. Machst du wieder was? Ne. Oh Gott, jetzt habe ich dir an den Griff verloren. Fuck. Das war dumm. Ja. Aber es müsste wichtig sein. Keine Ahnung. Ich sehe ja nicht mehr irgendwas. Wir brauchen nicht von vorne, sonst ist es richtig. Oh fuck. Das war's mein Fehler. Ich bin wirklich nicht ausgewichen. Ich bin wirklich nicht ausgewichen. Ich bin wirklich nicht ausgewichen. Okay, noch ein Pony. Kommt. Also müsste diese richtig gewesen sein, ne? Oh Gott. Noch eins! Dein Ernst-Spiel. Oh Gott, ey. Was ist das? Scheiße. Oh, war das knapp. kack wie elendige nein das ist okay ich feige nicht, ja ist okay, einfach das Tantenspiel, ich soll es töten Mann, ich sehe es halt gerade nicht mal scheiße, das Typ, oh das hinterlässt du dir diese Blitzscheiße in der Luft, die irgendwann einschlägt ja jetzt, ja, das war genau, wenn man töten will, oh das ist so traurig es muss doch eine Möglichkeit geben, da einfach blöd durchzulaufen, das kann doch nicht sein hier die scheiß Viecher kommen wirklich immer nur mitten in einem blöden scheiß Schneesturm irgendwie eine Kniebrille irgendwo kaufen bei einem Händler